So meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Talk hier auf diesem Kanal. Heute live der Fußball-Talk mit dem Bundesliga-Rückblick. Wir haben ja schon ein paar feste Sachen am Wochenende, jetzt gesehen, paar Tabellenregionen. Kristallisieren sich immer mehr raus, Abschießkampf bleibt spannend, Meisterschaftskampf gab es einen Tausch, der erste Absteiger steht fest, so, so viel, worüber wir hier reden müssen und vor allen Dingen interessiert mich oder auch uns, äh, uns, ja, uns interessiert eure Meinung, so, schreibt mir gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr denn zum Spieltag sagt, lasst gerne ein Däumchen da oben da, lasst gerne ein Abo da und dann gebe ich die Worte rüber zu dem Mann, der sich schick gemacht hat, nur für diesen Kanal im Hemd. Natürlich, ich habe extra mich in Schale geworfen, wenn ihr mich ganz körper sehen würdet, das ist wunderbar. Ne, ich habe, ich habe heute tatsächlich echt viel beruflich zu tun, aber das wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Das ist auch übrigens mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben, eins der Sachen, die ich am liebsten mache, also so über den Spieltag reden, sowohl erste und zweite Liga macht mir immer sehr viel Spaß, auch wenn es nicht viel Anlass gibt, dass es mir Spaß macht, aber einfach auch nochmal dann deine Sicht so zu hören, äh, finde ich immer sehr, sehr interessant. Und, ähm, ja, der Spieltag hat, ey, ich weiß gar nicht mehr genau, was du getippt hast, aber ich glaube, ich habe noch nie einen Spieltag gehabt, wo ich so schlecht im Tippen war. Also das war unglaublich, ich lag eigentlich überall daneben. Ja, also ganzer Samstag lag ich auch komplett daneben. Freitagstag, dachte ich erst mal, fängt ja gut an, ich hatte ja auch Freiburg getippt, dachte ich so, oh, ja, das könnte ja was werden und dann dachte ich aber auch schnell so, oh, das kann nichts werden, nee, das wird nichts, ähm, das war, ich habe es dir gerade mal offen, die einzigen Spiele, die ich richtig hatte vom Sieger her, waren Freiburg, Mainz, Stuttgart und Dortmund. Das waren die einzigen drei Partien, wo ich auf die richtige Mannschaft getippt habe. Ja, ähm. Ich habe nur euer Spiel richtig gehabt, ich habe alles andere falsch. Ja, überleg mal, aber weißt du was, ich glaube, dass bei dem Video mit, ähm, Buschi, was wir hier hatten, da haben wir auch ein paar Unentschieden dadurch gehabt, durch die Dings, vielleicht sind da sogar wieder bessere Tipps dabei. Ja, wahrscheinlich. Aber mag es wohl kaum glauben. Ja, ähm, lass uns gerne anfangen sogar mit Freiburg, ähm, die haben 2-0 gewonnen zu Hause, gegen Wolfsburg, ähm, das war ja echt ein Ding, ne, äh, zwischenzeitlich, ich glaube da, ich hatte irgendwie zwischenzeitlich sogar eine Benachrichtung bekommen gehabt, dass Petersen irgendwie da noch ein Tor gemacht hatte, aber scheinbar wurde es zurückgenommen oder so, keine Ahnung, ähm, ja, 2-0, Petersen, trifft im eigenen Stadion in seinem wohl letzten Heimspiel für Freiburg, also, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Auch statistisch gesehen ist es ein absolut verdienter Sieg, äh, ich habe von dem Spiel nur die Highlights gesehen und die Statistiken, äh, und mit einem Freund von mir noch mich unterhalten, der Freiburg-Fan ist, ganz liebe Grüße, ähm, und der hat auch gesagt, ey, supergeil, also genau so konntest du dann starten, praktisch auch in den Spieltag rein, ne, 2-0, wichtigen Sieg geholt, wenn man jetzt bei Freiburg mal guckt, jetzt 59 Punkte punktgleich mit Union Berlin, zu die wir dann später noch kommen, und Wolfsburg, äh, verpasst die Punkte, Leverkusen mit einem Punkt zieht an denen vorbei, also, für Wolfsburg doppelt bitter, für Freiburg absolut gelungen, würde ich sagen. Ja, Freiburg, äh, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, eigentlich, äh, Union ja absolut in der Pole-Position dann gewesen, um eben die Champions League zu erreichen, und so schnell kann sich das dann wieder drehen, aber man hätte es eigentlich auch schon erahnen können, äh, weil Wolfsburg kannst du sowieso nicht tippen, äh, und bei Union ist es so, sobald die Gegenmannschaften spielen, die im Abstiegskampf verwickelt sind, da geht ja irgendwie gar nichts. Ja, 2-0, ich dachte halt einfach, dass dieser, dass irgendwie bei, äh, Freiburg jetzt die Luft raus ist, bin ich davon ausgegangen, weil man auch die letzten Spiele gesehen hat, die nicht so toll waren, einfach im Gesamten, aber haben sie sich wieder durchgesetzt, wieder zur alter Stärke gefunden, und Petersen, wie du schon sagst, in seinem letzten Heimspiel war vermutlich für Freiburg, oder wird er das letzte Heimspiel sein, äh, das er trifft, das hätte man eigentlich predikten können, dass der dann nochmal ein Tor macht, 2-0, Doppelschlag eigentlich, äh, 70. Minute, und, äh, am Ende, wenn ich jetzt nach Sympathien gehe, freue ich mich auch für Freiburg, dass sie da gewonnen haben, äh, würde ich den auf jeden Fall gönnen, wenngleich ich trotzdem immer sage, ich bin natürlich für so Underdogs auch mal in die Champions League und Europa League, aber ob das für diese Fünfjahreswertung immer so gut ist, wird sich dann zeigen, aber bleibt jetzt auf jeden Fall spannend, ich dachte ja sogar, rein theoretisch am Freitag dachte ich das, naja, jetzt könnte es ja für Leipzig auch nochmal eng werden, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, was wir dann später noch besprechen, war aber auch ein verdienter Sieg für Freiburg, aber bei Wolfsburg weiß sie ja immer nicht, die können ja auch schnell mal mit 3 Torschüssen 2-0 führen, und, äh, ja, von daher, Freiburg hat richtige Big Points, äh, hat Freitag gut vorgelegt, sagen wir es so. Absolut, Glückwunsch da auch an Freiburg, übrigens, wenn ihr gerade guckt und für einzelne Vereinsfans hier dabei sind, dann schreibt uns doch gerne mal rein, ob ihr Bock habt, jetzt in der Transferphase zu einzelnen Vereinen vielleicht auch Transfervorschläge zu machen, dass sie zusammensetzen und dann zum Beispiel, wir haben ja unsere eigenen Formaten, 4 für Hertha, 4 für die Raute, ähm, vielleicht dann auch mal zum Beispiel 4 für Freiburg, 4 Transfervorschläge für Freiburg, könnt ihr gerne mal reinschreiben, so als Zwischenfrage mal. Ja, äh, gehen wir direkt über zu dem Spiel, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte, Hoffenheim-Union, 4-2 Hoffenheim, ich dachte nur, Digga, was geht denn jetzt da ab, das sind, in beide Richtungen habe ich es nicht gedacht, zum einen dachte ich, dass Hoffenheim vielleicht nochmal runterrutscht, da habe ich es auch ein Stück weit vielleicht gehofft, mutmaßt man, und bei Union äh, dachte ich, ja, die haben es halt in der eigenen Hand, ne, und dann am letzten Spieltag gegen Bremen zu Hause im eigenen Stadion, dachte ich so, die werden ja da wohl jetzt nochmal vorlegen, also das wird ja, wird ja jetzt nicht mehr so viel anbrennen, dann hauen die Hoffenheimer die 4-2 weg, und 4-2 ist dann noch Ergebnis, ähm, Kosmetik so ein bisschen gewesen, wenn man mal guckt, wann die Tore da auch gefallen sind, Wahnsinn, also wirklich, wirklich Wahnsinn, ähm, ja, hättest du damit gerechnet? Ne, habe ich nicht mit gerechnet, ich dachte, das lässt sich Union jetzt nicht mehr nehmen, vor allem, als ich dieses Heimspiel von Union gegen Freiburg gesehen habe, was ich wirklich sehr, sehr stark fand, hätte ich jetzt, aber wie gesagt, du kannst in der Bundesliga sowieso, kannst du nie sagen, einer gewinnt klar, und erst recht nicht an den letzten beiden Spieltagen, ähm, ich meine, am Ende auch eine ganz gute Chancenverwertung, muss man sagen, Union eigentlich für ihre Verhältnisse ungewöhnlich viele Abschlüsse, gebraucht für zwei Tore, ähm, aber war ein gutes Spiel, wäre mir richtig gut aufgefallen, das ist natürlich auch Kramaric, der hat zwei Tore gemacht, okay, aber wer richtig gut jetzt auch langsam ist, der ja am Anfang auch wackelig war, der Ex-Hertaner Brooks, der hat, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht, und, ähm, ja, ging ja dann am Ende einfach nochmal richtig ab, da steht 2-1, ich habe mich darauf gar nicht mehr konzentriert, weil es für mich ja dann nur noch um Hertha ging und ich ja im Stadion war, aber 3-1-90, dann 95.3-2 und dann 99.4-2, also da war in den Schlussminuten nochmal richtig was los. Da war alles nochmal drin, äh, Kramaric, ein Tor ja auch per Elfmeter gemacht, ähm, das war etwas, womit ich im Leben, wie gesagt, auch nicht gerechnet hätte, äh, ich habe es ja auch nur praktisch am Rande die ganze Zeit mitbekommen, wir haben ja auch zeitgleich gespielt, äh, gegen Köln, und das war, als dann die Leute auch reingeschrieben haben, sagst du, hä, was geht denn da ab, ne, also das ist ja Wahnsinn, aber, äh, ja, für Hoffenheim absolute Big Points, muss man ja auch mal so sagen, ne, jetzt auf 35 Punkte hochgegangen, können nur noch maximal 16. werden, am letzten Spieltag, und das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil, wenn man sich das Torverhältnis halt anguckt, also da müsste schon, das, das ist de facto der nicht, ja, das ist de facto der nicht, ja, ich denke, dass sie, dass damit auch Hoffenheim eben durch ist, und, ähm, ja, äh, krass, für Union, Platz aus der Hand gegeben, Punkt gleich mit Freiburg, wenn es ganz blöd läuft, für die am letzten Spieltag, Spielausrichtig gegen meine Bremer, ähm, gut, da muss ich tatsächlich auch schon mal sagen, für die Leute, die vielleicht hoffen, dass Union verliert, die Freiburger zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob wir da in der alten Försterei, und wir sind jetzt schon durch, ob das so, naja gut, lassen wir, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, lassen wir mal so stehen, ähm, trotz dessen, ja, absolute Big Points aus der Hand gegeben, ähm, ganz, ganz krass, hätte ich, wie gesagt, im Leben nicht mit gerechnet, aber hatten wir auch zu eingangs schon mal gesagt, das war eh ein Spieltag, da hast du eh fast alles noch falsch getippt, ähm, ja, dann würde ich sogar sagen, kommen wir rüber zu, es sind eigentlich alle, anderen Spiele spannend, ich würde tatsächlich jetzt Leverkusen-Gladbach einfach mal grad sagen, ähm, und da, da waren so wieder unsere Gladbacher, die man nicht tippen kann, ja, also, ich wollte, also wirklich, ne, das, also manchmal, ich glaube, wenn man in so einer, äh, Firmen-Tipprunde ist, weißt du, so mit der Firma bist du in der Tipprunde drin, und da geht es vielleicht um irgendwas, hast du irgendeinen Einsatz oder sowas drin, ne, manchmal haben die das ja dann, ne, für die ersten drei Plätze oder so, und du verkackst da am Ende durch Gladbach, ich glaube, du hast die mittlerweile, also das ist wirklich so, ja, ja, das ist so unfassbar krass, ey, weißt du, gegen Köln im Derby, ne, kriegen die die Mentalität nicht auf den Platz, und gegen Leverkusen im anderen Derby sozusagen, ähm, drehen die ein Spiel im Prinzip, also zwar nicht komplett, aber kommen auf den 2-2 noch, nach der Anfangsphase dachte ich wirklich, Gladbach wird heute abgeschossen. Ja, ich dachte, ich dachte, es wird wie gegen Dortmund. Ja, genau, so, weißt du, Adli 15., Demir bei 20. Minute, alles war eigentlich angerichtet, ähm, für einen Leverkusener eventuell hohen Sieg sogar, ja, und dann kommt Gladbach in der 58. durch Hofmann zurück, und am Ende trifft auch noch ausgerechnet Lars Stindl, der ja praktisch, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, auf seiner Abschiedstournee ist, ne, geht ja in der kommenden Saison, also im Sommer zum KSC, völlig geisteskrank, und hin Kapi dann in der 94. noch mit Rot vom Platz runter, gebe ihm, also das, also wirklich, Leverkusen, die drei Punkte mega aus der Hand gegeben, können eigentlich nur froh sein, dass, wie gesagt, der Wolfsburg verloren hatte, dass wir den Punkt, die trotzdem eben Platz 6 jetzt haben, oder in der eigenen Hand die Europa League haben, aber, äh, sowas kann natürlich auch nochmal ganz nach hinten gehen, stell dir mal vor, die hätten auch das 3-2 bekommen, das wäre ja, um Gottes Willen, ey, krass. Und für, wenn man jetzt schon mal an Bochum denkt, die hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass Leverkusen gewinnt, um irgendwie da, dass sie da ein bisschen mehr Vorsprung haben, jetzt muss ja, muss ja eigentlich, um alles klar zu machen, muss Leverkusen ja an Bochum gewinnen, und dann auch noch Stindl in der 90. Minute, man muss echt so sagen, von den wenigen Konstanten, da kann Gladbach fast echt traurig sein, dass der jetzt schon diesen Weg antritt, zurück zu, zu dem KSC, was mich ja für den KSC sehr freut, weil immer noch, er hat jetzt 14 Scorer-Punkte gesammelt, diese Saison wieder, ne? Ja, der ist krass, also das ist so, das ist für den KSC, ist das ja auch ein Megatransfer, ich habe letztens ein Video vom KSC bei, die haben mir, auf TikTok haben die ja so einen Account auch, und die haben da auch so eine, so eine Zusammenstellung gemacht, vom Stindl früher, wie er früher war, und dann jetzt praktisch so, ne? und dann haben die auch gesagt, könnten die auf Dauerschleife laufen lassen, fand ich sehr geil auch, weißt du, diese Wertschätzung einfach, die freuen sich richtig, die brennen da, glaube ich, total drauf, und ich gönne es in beide Richtungen, also sowohl Stindl, immer als sehr fairen, ehrlichen Spieler auch, so wahrgenommen, und auch dem KSC, die jetzt wirklich da eben eine Rückkehr auch bekommen, und das ist ja sowas, was sich sowieso viele Bundesliga-Vereine immer wünschen, dass man so, die Spieler, die vielleicht bei einem so ein bisschen groß geworden sind, die ersten Schritte gemacht haben, oder, ja, so den Weg zum Weltstar sozusagen, in manchen Regionen, zum Beispiel Nürnberg, Gündogan beispielsweise, ne? Ja. gemacht haben, dass die dann nochmal zurückkommen, und wenn sowas passiert, ist das doch immer etwas ganz, ganz Schönes. Ja, Punkt am Ende, also für Gladbach völlig egal, für Leverkusen so gesehen trotzdem ein Gewinn, auch wenn man das 2-0 aus der Hand gegeben hat, aber gut, so ist es halt, ne? Dann würde ich den Schwenk darüber machen, tatsächlich zu unserem Spiel, also Werder gegen Köln, ähm, mal mittendrin, für die Leute, die gerade durchskippen, ha! Ähm, denn, äh, tatsächlich, klar, wir haben jetzt dadurch den Klassenerhalt geschafft, aber es ist auch ein Spiel, Spiel gewesen, wo du dich nicht über das Spiel gefreut hast, da muss man auch, so ehrlich muss man schon sein, erste Halbzeit, genauso defensiv gestartet, wie gegen Leipzig und Bayern, also, da war ich sehr, sehr verwundert, weil ich dachte, hä? Klar, okay, du willst nicht direkt irgendwie früh in Rückstand geraten, alles klar, aber beim besten Willen, ähm, das ist das letzte Heimspiel, du kannst eine Klassenerhalt festmachen, für mich war das so, du musst da mit breiter Brust, musst das Spiel kontrollieren, musst da vorne spielen, das Ding klar machen, ziehen, äh, von Anfang an, so alles auf den Platz reinwerfen, dass, dass man auch merkt, auch auf den Rängen, die nimmst du ja dann mit, weißt du, ähm, dass du da, dass du da heute drei Punkte holst, Fanmarsch gab es wieder, die Bilder waren unfassbar geil, ähm, also für die Leute, die das sehen wollen, ich hab ganz viele Videos darüber geschickt bekommen, hab ich alles zusammengeschnitten auf meinem Kanal, findet ihr auch, da Klassenerhalt einfach, aber, ich war echt enttäuscht, nach der ersten Halbzeit, ich war echt enttäuscht, ich dachte, ey, bitte, 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 wieso, macht dir das jeder sowas, weißt du, diese Einstellung hab ich schon nicht, ich glaube, 36 Minuten liegst du hinten gegen Tiggis, äh, oder beziehungsweise durch Tiggis, äh, 1-0, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein, weißt du, das gibt's nicht, nach einer Flanke von Kainz, Kainz, wo du weißt, es steigt 100 Flanken im Spiel, die, vier Werder-Spieler stehen drumherum, keiner geht zu dem, alle haben zugeguckt, ich dachte, was macht ihr da, das ist so das, also das Typischste, was du gegen Köln doch einstudierst, oder wo du ja guckst, ist ja, gerade diese Schaltspieler zuzumachen und anzulaufen, dass wenn die ja Flanken, was du nicht über neun Spiele verteidigen kannst, aber bitte, dann gib denen doch Druck, dann setz die unter Druck, weißt du, und da war keiner, das war, das war nicht gut in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit war besser als erste, muss man sagen, ohne jetzt zu sagen, dass die zweite der Wahnsinn war, aber die war besser, zwischenzeitlich eine Chance von Stay, muss er machen, lange Eck reinlegen, schießt einen Keeper an, muss er auch erstmal schaffen, ein, zwei kleinere Chancen noch mit dabei gehabt, wo ich gesagt habe, ey, kannst du auch mal machen, am Ende völlig egal, Buchanan, Buchanan übrigens, diesmal mal eine halbe Stunde Spielzeit bekommen, direkt super, läuft die linke Außenbahn lang, voll mit Tempo, Flanke rein, durchverlängert die, ich glaube, der wollte ihn sogar selber mit dem Kopf machen, aber ist egal, verlängert die auf Romano Schmid, der dann rein, Ausgangspunkt will kennen, für mich der Wahnsinn, wenn der wirklich verliehen wird, dann hoffe ich, dass er irgendwie, ja, vielleicht wirklich zum Zweite geht oder so geht, mit Aufstiegsambitionen oder Ausland in Regionen, wo die weiter oben dann spielen, weil der muss einfach Spielzeit haben, der ist super, also wenn er verliehen wird, ich hoffe ja immer noch, dass er eigentlich fester Bestandteil, aber gut, mal abwarten, ja, auf jeden Fall, zweite Halbzeit dann, das 1-1 gemacht, sich nicht mit Ruhm bekleckert, hat Selke zwischenzeitlich eine Riesenchance, 100%ige gehabt, zwei Meter vorm Tor, grätscht rein, man will dem gar nicht so einen Vorwurf tatsächlich machen, muss man sagen, weil er schmeißt sich richtig rein, trifft den Ball auch und der fliegt halt so übers Tor, nur hat er die Kurve, dass es dann immer höher wird, aber so über die Latte war es dann doch gar nicht so weit weg, sieht nur halt dann in der Weitaufnahme dann höher aus, ja, hätte er vielleicht machen können, hat zwischenzeitlich auch eine sehr gute Aktion gehabt, wo der mit der Hacke den Ball weitergeleitet hat, da dachte ich so, ey, Selke, auf einmal Bock im Weserschein, in dem Fußball zu spielen, ne, aber gut, 1-1 nehme ich hin, klassenerhalt, darüber freue ich mich, war am Ende mehr Erleichterung als Freude, muss man auch sagen, weiß nicht, wie es den Leuten da draußen ging, oder weiß von vielen, dass es denen eh nicht ging, das einfach so ein, durchatmen, weißt du, letzten 10 Spiele, 15, 20, 25, alle diese Spiele, sind wir auf Tabellenplatz 17, Punkt gleich mit euch, so, und das ist sowas, was halt dieser krasse Beigeschmack dann auch ist, wenn wir nicht so von der Hinrunde gezerrt hätten, das Jahr 2023 war absolute Katastrophe, ja. Ja, das stimmt, und das Gegentor, dafür brauchst du jetzt auch kein Werder-Fan sein, aber das war wieder ein, also ich weiß nicht, wie viele Tore Werder schon jetzt in den letzten Wochen, im Jahr 2023, so bekommen hat, also jetzt nicht zwangsläufig über die Flanke, wie du schon sagst, kannst du nicht immer verhindern, wir haben es, ich habe es ja an eigenen Leibe erst erlebt, eine Woche vorher, wie uns die Flanken da um die Ohren geflogen sind, aber dass du dann, ich meine, Tiggi ist nicht böse gemeint, aber ist jetzt auch nicht der Goalgetter, der ist natürlich, der bringt schon eine Präsenz mit ins Strafraum, aber das kannst du auch verteidigen, oder zumindest mal nah dran sein und stören, aber das haben wir jetzt bei Werder schon bei so vielen Gegentoren gesehen, ob das gegen Freiburg war, teilweise ja sogar gegen Hertha, dass da die Abstände irgendwie nicht stimmen und teilweise dann auch die, oder die Organisation nicht, oder die Konzentration nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß auch nicht, ich würde es gerne wissen, was das, also klar, ich habe ja schon mal gesagt, für mich in der, also 2022, die Hinrunde, haben wir ja so gespielt, wie wir auch in der zweiten Liga gespielt haben, frei auf nach vorne, Vollgas auch nach vorne, ja, wir haben Gegentore bekommen, aber wir haben diesen kreativen Offensivfußball gespielt, gefühlt wollte man das im Winter vielleicht abstellen, mit den Gegentoren defensiver stehen, aber dieses defensiver stehen, viel mehr lange Bälle zu schlagen und diese Kreativität, diesen Spielwitz so zu verlieren, das ist schon schade gewesen, muss man wirklich sagen, es gab zwei, drei Ausnahmespiele, die man rausnehmen kann, aber sonst war 2023 echt teilweise auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch, ob man so ein bisschen die Angst auch hatte, das nach außen vielleicht nicht so gesagt hat, aber guck mal, gegen Bochum auch, wir führen 3-0 und du hörst nach dem Spiel vom Trainer, ja, wir wollten nicht den Jungen oder den anderen Spielern eine Chance geben, von der Bank, weil Bochum hat ja vor kurzem mal in dem Spiel nochmal aufgeholt, ja, ich bitte dich, du führst 3-0 immer, also, hä, so, wann willst du denn dann den Spielern eine Chance geben, weißt du, also das waren so Sachen, die bleiben alle hängen, aber, ja, wie gesagt. Aber was man auch nochmal sagen muss, ohne das jetzt schönreden zu wollen von Werder, Köln ist halt wirklich auch so eine krass gut eingespielte Mannschaft, muss man einfach sagen, also diese Passquote von denen beispielsweise, macht es dann halt dem Gegner auch teilweise schwer, weil du rennst viel hinterher, es ist schwierig für dich, an den Ball zu kommen, also die haben wirklich, die sind einfach eine eingespielte Truppe, das siehst du, siehst du bei allen Aktionen, die machen. Ja, absolut, ich bin ja auch riesen Fan von Baumgart zum Beispiel, bin ich einer der Top-Bundesliga-Trainer aktuell, ich finde den Typ wirklich, wirklich klasse, aber gerade dann, Ich finde es ja da ja auch Busfahrer werden können. Völlig richtig, aber gerade ja dann, wenn du weißt ja auch, dass eine Mannschaft auch von Passen und Flanken, wie gesagt, alles lebt, dann den Ball zu überlassen, das ist schon sowas, wo du dann auch sagst, du förderst ja, was ist das für eine Taktik? Ja, genau, du gibst dir, also sagst Patsch, ey, da habt ihr eure Stärken, spielt die mal, ja genau, ja, naja, gut, den Punkt nehmen wir dann am Ende so einfach mal mit. Da gehen wir mal rüber zum ersten Abstiegskampfspiel, nämlich Schalke gegen Eintracht Frankfurt, das ist ja ein Spiel gewesen, wo man gesagt hat, ja, Frankfurt letzte Woche gewonnen, aber sind die wieder da? und auf der anderen Seite Schalke verloren, aber können die nicht im eigenen Stadion vielleicht was rausholen? Am Ende war es vielleicht so ein Mittelding aus beiden, man gibt sich die Hand mit einem 2-2 gefühlt, aber man ist eigentlich super reingestartet, muss man sagen, aus Schalkers Sicht. Terodde macht in der ersten Minute das 1-0, also viel besser kannst du nicht starten. Da dachte ich tatsächlich auch so, ja, das ist ja der Türöffner, weißt du, jetzt irgendwie dann vielleicht in den nächsten 20, 30 Minuten das 2-0 machen und dann Schalker Taktik, hinten eigentlich defensiv stehen, also defensiv gut stehen unter Reis, vielleicht kriegst du sie irgendwie dann über die Bühne, ja, nichts aus, Kamada, 1-20, 1-1, dann 59. Tuta, 2-1 Frankfurt, komplett Spiel gedreht, da dachte ich dann schon, uh, jetzt werden die Schalker vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht auch in so einen Knick fallen, wenn dir dann das 2-1, weißt du, du kriegst das komplette Spiel dann aus der Hand, stattdessen Polter in der 85. Minute dann doch nochmal mit dem 2-2, dem verdienten 2-2 auch, ähm, ja, das kann man dann am Ende sagen, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Schalke, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr bittere, verlorene 2 Punkte, denn man muss da ja auch so ehrlich sein, hätte Schalke dieses Spiel gewonnen, wären sie auf Tabellenplatz 15, hätten in der eigenen Hand am letzten Spieltag alles, jetzt musst du auf die Konkurrenz gucken, mit 31 Punkten, Bochum 32, Stuttgart 32, zu denen kommen wir ja gleich noch, ähm, stehst auf dem 17. Tabellenplatz mit 31 Punkten, hast es eben nicht mehr in der eigenen Hand, musst drüber gucken, und auf der anderen Seite hast du dann eben Frankfurt, für die es am letzten Spieltag, also im Normalfall um nichts mehr geht, äh, es sei denn, Wolfsburg und Leverkusen verlieren, dann wird es halt spannend, torverhältnismäßig, aber ich glaube, Europa League kann man abschenken, Conference League Siebter könnte schon noch sein, weil zwei Punkte zu Wolfsburg, wenn die verlieren, dann geht es natürlich schon, aber, ähm, ja, das, ähm, ja, es war eigentlich auch eine große Chance für Frankfurt, ich kann nur sagen, ich war im Stadion, ich gucke so, unser Spiel geht los, wir hatten gerade so die erste Hüpfaktion, ich gucke so aufs Handy, ich so, hä, 1 zu 0 für, für Schalke, von uns hat irgendwie gerade erst, angefangen, das kann doch nicht wahr sein, dann haben die einfach schon 1 zu 0 geführt, und ich dachte, ey, das geht ja hier wieder super los, haben sie dann natürlich auch nicht, äh, im Stadion eingeblendet, um nicht gleich alle zu demotivieren da, weil für uns war das ja sehr entscheidend, dass Schalke da auch nicht gewinnt, und dann kam auch relativ schnell 1 zu 1, da muss man aber auch nochmal sagen, unser lieber Schwolo, so viel wie wir wieder im letzten Talk über dem geredet haben, also den muss er einfach halten, ja, der sieht den vielleicht nicht perfekt, aber der ist auch nicht abgefälscht, also, jeder normale Bundesliga-Torwart muss den halten, klar, Fehler passieren immer mal, Schwolo war die letzten Spiele auch wieder besser, aber das ist halt auch kein Rückhalten, du hast auch gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler, ein Spieler hat sich richtig aufgeregt darüber, ich glaube, Salazar war das oder so, weil da kannst du dir halt auch gute Defensivarbeiten, guten Start halt mit kaputt machen, so einen Ball musst du halten als Torwart, und wenn du den nur klatschen lässt, aber der darf nicht, nie im Leben darf der reingehen. Geil ist ja, oder was heißt geil, schlimm, für die Schalker ist ja allein, wenn du die Schlagzeilen dann siehst, die erste Schlagzeile gekommen war, Flutschfail, Keeper, Patz im Abstiegskampf, so, das ist halt wieder sowas, und das ist ja nicht zum ersten Mal, also, das muss man schon sagen, ja, und das ist halt dann auch ein Türöffner für Frankfurt, das muss man halt auch sagen, deswegen sage ich ja, am Ende ist es trotzdem, für mich ist es verdient, dass Schalke da auch noch ein Ding gemacht hat, aber, es sind zwei verlorene Punkte, eigentlich für beide, weil wenn Frankfurt ja auch, ne, zwei Punkte höher, und wir haben letzten Mittag auch noch was offen gewesen, so, ähm, ist aber Schalke absolut mit dem Rücken zur Wand, die müssen jetzt gewinnen, und, äh, gleichzeitig hoffen, dass die anderen verlieren, und das Spiel geht halt gegen Leipzig, also, das ist schon sowas, wo du sagst, du musst so ein bisschen vielleicht hoffen, weil Leipzig ist ja fest in der Champions League, da geht gar nichts mehr, ne, dass dann über Wille, ja, vielleicht irgendwie was geht. Ja, das, deswegen müssen eigentlich die, äh, Schalker sich umso mehr gefreut haben, dass Leipzig gegen Bayern gewonnen hat, weil genau das ist ja jetzt die Situation, jetzt können, sind sie definitiv in der Champions League, das könnte bei der Form, wie Leipzig gerade drauf ist, die einzige Chance sein, dass sie sich vielleicht ein bisschen schonen wollen für das DFB-Pokalfinale, dass vielleicht auch mal andere Spieler eingesetzt werden, oder aber sie sagen, ne, wir wollen genau diesen Run hochhalten, äh, das weiß man jetzt halt nicht, ne, aber das könnte zumindest mal eine Chance sein, ich weiß gar nicht, ich glaube, vor dem 1 zu 1 gab es auch eine strittige Situation, die war ja an einer Strafraumkante quasi, oder an der Auslinie, ich glaube, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer gegen wen, ich glaube, äh, Lenz von, ähm, von Frankfurt, da ein bisschen runtergedrückt, ich weiß aber nicht mehr, welcher Schalker das war, hatten sich auch einige Schalker darüber beschwert, dass man das hätte abpfeifen müssen, wäre jetzt auch nicht komplett unbegründet, aber ich finde, es war trotzdem noch so im Rahmen des Erlaubtens, auch wenn er da mit dem Arm so ein bisschen schiebt, aber das wollte ich nochmal erwähnen, weil das natürlich auch nochmal ein Diskussionspunkt war, wie hast du das gesehen? Ich habe die Situation gar nicht gesehen, ich habe das, äh, auch jetzt ja nur in den Highlights gesehen, weil die ja auch zeitgleich gespielt haben, ich sage ja, ich glaube, dass in der Konferenz, also klar, jetzt rückblickend, weil wir halt die Klassenheit festgemacht haben, aber war unser Spiel, Bremen gegen Köln, sogar wahrscheinlich noch das Uninteressanteste, äh, so für neutrale Zuschauer, ähm, ich konnte auch, ich habe die ganze Zeit beim Ticker immer noch mitverfolgt und dann halt mir die Highlights alle angeguckt gehabt, aber, ähm, ja, bei Schalke kann ich nur sagen, wie gesagt, also für beide, am Ende, wie gesagt, äh, auf beiden Seiten zwei verlorene Punkte, mal gucken, was am letzten Spieltag dann geht, und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zum nächsten Spiel und zwar Mainz gegen Stuttgart, äh, nächster Konkurrent, ja, die Stuttgarter haben, glaube ich, ganz schön was, äh, richtig gemacht im Sinne von, äh, so antwortest du auf den Rückstand, Ingewatzen, 1-0 Mainz in der 23. Minute, wichtiges Ausgleich, richtiger Ausgleichstreffer in der 41. Minute von Stuttgart, Endo, und in der zweiten Halbzeit mit einem 1-1 gehst du in die Kabine und machst dann wirklich mit insgesamt sechs Schüssen aufs Tor, vier Dinger, die Rassi, äh, 64. Minute, 78. Minute für Lich und 91. Koulibaly, das ist auf jeden Fall meine Ansage gewesen, so musst du dann auch auftreten, und damit hat Stuttgart am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand, 32 Punkte, also für Mainz geht es um gar nichts mehr jetzt, und, äh, dieser Negativtrend bei Mainz geht auch weiter vor allen Dingen, ne, jetzt vier Spiele in Folge verloren, ja, was sagst du dazu? Also das Spiel war auf jeden Fall krass, weil, äh, es passiert einfach gar nichts, und dann war irgendwann dieses Tor, wo, da standen irgendwie sieben Stuttgarter, bei Ingwertsen, bei sieben Stuttgarter, aber keiner hat den irgendwie gehindert, und er hat dann das 1-0 gemacht, nachdem vorher noch Bredlow krass zur Ecke geklärt hatte, und da hat Stuttgart dann wieder viel Ballbesitz gehabt, aber es kam kein Durchschlag, und ich dachte, ey, das ist wieder so Stuttgart wie in den letzten zwei Jahren, wie unter anderem auch, als sie gegen uns verloren haben, die haben immer viel Spielanteil, aber irgendwie kommt überhaupt nichts bei rum am Ende, obwohl die ja auch gute Einzelspieler haben, auch wenn Sosa jetzt gefehlt hat, ja, dann gab es da diesen einen Umschaltmoment, wo Endo echt ein schickes Tor gemacht hat, im Laufen, mit einem Außenriss platziert, und da muss man sagen, ja, hast du richtig gesagt, mit wenig Abschlüssen dann eben nochmal drei Tore erzielt, aber da war wirklich der überragende Mann gestern und auch belebendes Element nach seiner Einwechslung führig, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der jetzt an allen drei Toren beteiligt war, zumindest hat er, doch, ich glaube, er war an allen drei Toren beteiligt, er hat zweimal Vorlage gegeben, einmal selber getroffen und zuletzt bei Koulibaly auch nochmal, und der war echt so belebend, auch wenn Mainz es dann nicht gut verteidigt hat, 4-1 ist ein bisschen zu hart, für die Anzahl an Chancenverteilung, aber krasses Statement im Abstiegskampf, und ich glaube, dass alle, die noch Aktien im Abstiegskampf haben, natürlich gehofft haben, dass Mainz sich mal wieder ein bisschen findet, aber das ist jetzt die vierte, ich glaube, vierte Niederlage von Mainz in Folge, und dann am Ende auch ein verdienter Sieg für die Stuttgarter. Absolut, und wie gesagt, Dosenöffner war Endos Traumtor, in der 41. Minute, Glückwunsch an... Kira Civa auch wieder gut, muss ich sagen, also wenn die den halten können, ist es schon... Weißt du, was da ja auch so klasse ist? Koulibaly, der Vertrag läuft ja aus, die wollen ihn ja nicht verlängern, der wird sich jetzt mit so Sachen auch, letztens hatte der auch schon so eine richtig gute Aktion, wo den viele danach auf dem Schirm hatten, also der spielt sich so ein bisschen auch in den Fokus, vor allem, weil er halt auch noch so jung ist, jung, temporeich, trickreich, also der könnte auf jeden Fall ein interessanter Name auch für den Sommer sein, für einige Bundesligisten, auch Zweitligisten, je nachdem, was er ja auch will, aber ja, das bleibt sehr, sehr spannend. Ja, Stuttgart übrigens am letzten Spieltag gegen Hoffenheim, über die wir ja eben schon gesprochen haben, die jetzt durch sind, also das könnte für Stuttgart wirklich in die Karten spielen, im eigenen Stadion gegen Hoffenheim, ist auf jeden Fall keine schlechte Ausgangslage, sagen wir mal so. Ja, Mainz abgeschrieben damit, Negativserie geht weiter, ich glaube, da muss man sich im Sommer nochmal ein bisschen vielleicht zusammensetzen, hat man eine supergeile Rückrunde gespielt, aber schlecht ausklingen lassen, das bleibt dabei, Beigeschmack ist da. Ja, und dann kommen wir zum letzten Abstiegskampfspiel, jetzt nämlich für die Leute, die denken, wir reden immer über Hertha und Werder am Ende, die werden jetzt falsch gedacht, die werden absolut suchen, sag ich dir. Ja, Hertha Bochum, ich habe nur das, was ich gesehen habe, da wird für Lieser jetzt gleich viel mehr zu sagen können, das, was ich gesehen habe, war ja auch zeitgleich, war, dass Hertha eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, also, von den Highlights, so wie das aussah, war es auf jeden Fall nicht so verkehrt, Toussaint, dann 63., gefühlt, absolut die Hoffnung von allen nochmal geweckt, vor allen Dingen, weil zwischenzeitlich auf den anderen Plätzen auch, die Spiele gekippt sind nochmal, da dachte ich, ei, 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 krass, und, unser Spiel war zu Ende, bevor euer zu Ende war, da habt ihr noch einzelne Gefühle, dann habe ich noch gesagt, uh, könnte jetzt nochmal spannend werden, denn wir waren gerade auf die Kabelle am gucken, und in dem Moment, 1-1, dachte ich mir, ach du Scheiße, 94., ja, erzähl mal gern mehr darüber. Ja, also gern mache ich es natürlich nicht, aber, wir haben, eigentlich habe ich ja vorher, ich habe mit so vielen Leuten wieder an dem Tag geredet, und wir haben alle vorher gesagt, ja, ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich, wir werden absteigen und so weiter, aber es ist dann eben doch nochmal was anderes, und dieses Spiel war wie unsere gesamte Hertha-Saison in einem Spiel, ja, eigentlich musst du nach fünf Minuten schon wieder hinten liegen, weil Hofmann alleine aufs Tor köpft, dann hast du eine Chance auf ein Tor, machst du sogar das Tor mit Luke Bakio, was dann, ja, im Stadion habe ich es natürlich nicht so gesehen, aber es war richtig, das Brüche es aberkannt hat, war leider ein bisschen zu viel, das Gut, was Zin angeht, am Trikot von, ich glaube, Jovetic war das da, und Luke Bakio macht den rein, und ich war so im Freunden, Taube nach 19 Minuten, und danach war wieder so ein Bruch drin, dann dachte ich, ey, jetzt wird bestimmt Bochum gleich das 1-0 machen, nachdem unser Tor aberkannt wurde, das wäre wieder so typisch, und dann wären alle down gewesen, kam aber nicht, und in der zweiten Halbzeit sind wir richtig gut rausgekommen, und ey, ich habe wirklich Hertha selten auch offensiv einfach so mutig und intelligent auch spielen sehen, also wir haben Spieler wie Serdar, keine Ahnung, ob der jetzt nochmal Eigenwerbung betreiben wollte, der war richtig gut, Jovetic war sowieso wieder krass, aber der spielt eigentlich immer gut, später dann noch Ijuke, auch Marco Richter, unsere ganzen Flügelspieler, Luke Bakio, überragende Leistung für mich, also der hat richtig krass gespielt, sich richtig krass auch nochmal reingehangen, und dann 1-0, ey, das war unser erstes Eckentor seit fast genau einem Jahr, und dann ausgerechnet in so einem Spiel, Toussaint wollte das so sehr einfach, und dann hast du noch, okay, Bochum hatte auch nochmal einen Pfostenschuss und hatte Chancen, aber wir hatten so viele Umschaltsituationen, so viele Abschlüsse, und aber nie, ja, so diesen nötigen Zielgenauigkeit drin, hatten dann nochmal Ijuke, der einfach nicht schießen kann, der 80 Leute austrickst und nicht schießen kann, hatte dann noch diesen Pfostenschuss, wo Riemann niemals wieder rangekommen wäre, und dann, ey, du glaubst nicht, dann kommt diese Ecke, 94. oder ich glaube sogar 95. Minute, und du denkst so, bitte, bitte, bitte nicht, und das wäre so typisch Hertha, und genau da machen die natürlich wieder das Tor, ich konnte es einfach nicht glauben, und dann auch noch dieser Kevin Schlotterbeck, der einfach zwei Bundesliga-Tore hat, beide gegen Hertha, und wie das Tor auch gefallen ist, ich weiß nicht, was da in den Köpfen falsch war, letzte Aktion, da schmeiße ich mich doch mit allem rein, der steht einfach komplett frei, komplett, keiner war bei dem, einfach nicht nachzuvollziehen, war richtig schmerzhaft, dann saßen wir da alle halbe Stunde, haben irgendwie gar nichts gemacht, hat richtig krass wehgetan, auch wenn man dann nochmal die Interviews danach vom Prinz und so gesehen hat, aber, es ist einfach ultra verdient, aber es ist so typisch, dann wieder in der 4.9, dann gib uns doch wenigstens die Hoffnung, alle, die nächste Woche noch nach Wolfsburg fahren wollen, selbst wenn wir dann da absteigen, aber nee, selbst das verhauen sie dann wieder noch, es war sehr, sehr bitter und ich war wieder so sauer, weil ich sowas hasse, auch wenn ich weiß, wahrscheinlich würde ich das auch machen als Spieler, aber dann haben die das Tor gemacht und dann hat Riemann ohne Fremdeinwirkung natürlich mit Schmerzen auf dem Boden gelegen als Torwart, dann musste das Spiel natürlich auch noch unterbrochen werden, wurde natürlich auch nicht nachgespielt und danach ist er dann zur Kurve von denen gerannt, sowas macht einen dann als Fan einfach immer nur mega sauer in dem Moment, aber es ist halt auch einfach clever und von uns ist es einfach dumm und verdient leider. Ja, da kann man einfach nur wirklich sagen, dass man da ja auch ein Stück weit mitfühlt. Ich kenne es ja selber noch von vor zwei Jahren und ich weiß genau, was du meinst, damals war auch nach dem Gladbach-Spiel, ich glaube, ich saß eine Stunde, anderthalb einfach mit so einer Leere da, wusste gar nicht, was ich denken soll, weil das einfach, wie du auch genau gerade sagst, es ist auch ein Unterschied zwischen, man stellt sich irgendwie eh drauf ein und jetzt ist es fix, weißt du? Und deswegen, ja, ich wünsche euch nur das Beste für diesen, also hoffentlich Wiederaufbau in der zweiten Liga natürlich in erster Linie, aber vor allen Dingen hoffe ich auch, dass ihr das anders macht als wir und wirklich von Anfang an mit dieser Zielsetzung reingeht, wir wollen wieder aufsteigen und da alles für tut und dass halt ein paar Talente da vielleicht, ja, dann ihren Sprung machen und trotzdem vielleicht ein, zwei Erfahrene so vorangehen können. Das ist, glaube ich, nie so ganz verkehrt, wenn man da eine Mischung aus beiden hat. Damit muss man natürlich aber hier auch auf dem, sag mal, allgemeinen Bundesliga-Kanal sagen, steht der erste Absteiger fest, Hertha ist da, jetzt die große Frage natürlich, wer steigt da noch mit ab? Könnt ihr auf jeden Fall auch schon mal unten reinschreiben zum Thema Abstiegskampf. Das war übrigens auch so ein, so ein, so ein Moment, wo ich dann auch gesagt habe, alter Schwede, ja, da, wie gesagt, es hat so Erinnerungen geweckt, weißt du, wenn du es selber vor zwei Jahren halt miterlebt hast, ja, kann ich nur sagen. Aber auch dieses, auch immer dieses Hardcore-Leiden, weißt du, dann, wenn du dann irgendwie 2-0 hinten liegst oder so, nach 40 oder 60 Minuten, sagst du, ja gut, es reicht wieder einfach nicht, aber du führst einfach bis zur 94. Minute, es ist einfach wirklich, es war wieder einfach eine Qual, man muss es einfach so sagen, ja. Ja, absolut, ich sag ja, ich bin voll bei dir, ich kann das total verstehen. Vor allen Dingen ist das halt so ein gezerrtes Leiden, weil das zieht sich ja über eine ganze Saison immer und wir hatten das ja auch, genauso wie ihr, genauso wie ihr, wir waren ja auch in der Relegation die Saison davor, also wir haben es genauso auch erlebt, wir haben gegen Heidenheim die Relegation gehabt, haben dann gesagt, nächste Saison wird schon alles irgendwie besser, weißt du, sah lange danach aus, wir haben ja noch, wir hatten ja eigentlich gar keine Abschießgedanken zwischenzeitlich mehr, wir hatten ja nach dem 24-Spieltag irgendwie 30 Punkte, wo du so denkst, ja, in den letzten 10 Spielen, holst du halt nochmal, weißt du? War nicht beim HSV auch so, vielleicht ist das der neue Standard, wenn die Relegation kommt, steigt danach ab. Vielleicht, also an dem Relegationsteilnehmer diese Saison, da würde ich auf die Karte schauen. Entweder ist der so gut, weil du die richtigen Schlüsse ziehst, oder du ziehst so schlechten Schlüsse, dass es nächstes Jahr noch schlimmer wird, ich weiß nicht, wobei wir müssen ja noch sagen, dieses Jahr der Relegationsteilnehmer wird wahrscheinlich ja wieder in den HSV spielen. Mal gucken. Das kann ja sogar unter Umständen sein, dass, ja gut, muss man dann mal schauen, lass uns dann darüber reden, wenn es soweit ist dann. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt noch zwei Spiele, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, Bayern Leipzig und Augsburg Dortmund, und da würde ich sagen, fangen wir an, auch chronologisch, mit Bayern Leipzig. Ich habe das allererste Mal, mich, glaube ich, so über ein Leipzig-Tor gefreut, wie an dem Tag. Beim 2-1 von RB dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? Das war so wirklich, Schadenfreude ist keine schöne Eigenschaft, gar keine Frage. Aber A, ich habe es schon oft gesagt, Leute, die 2013 vielleicht angefangen, Fußball zu gucken, kennen nur Bayern als Meister. Das ist einfach echt nicht mehr schön. Man will da auch einfach mal eine Abwechslung haben. Und Punkt 2, noch ein sehr, sehr gravierender Punkt, nach der ganzen Nummer mit Nagelsmann, wie das alles verlaufen ist, jetzt aus zwei Wettbewerben raus und bei der Bundesliga im Hintertreffen geraten, das war schon ein Stück weit auch Genugtuung, muss man ehrlich so sagen. Ja, Leipzig dreht das Spiel komplett, sah in der ersten Halbzeit überhaupt nicht genug aus. Gnabry macht das 1-0, Bayern ist da. Ich dachte, boah, nicht, dass jetzt die Leipziger auseinanderfallen, weil da kam, ich hatte irgendwie, da kam gar nicht so viel von den Leipzigern, nicht so diesen gefährlichen Druck auch. Und dann kam dieser eine Konter, der 64. Minute von Konrad Leimer, spielt ihn dann auch über, ein Kunku macht es eigentlich schlecht, spielt ihn wieder rein, anstatt selber zu schießen oder sonst was. Und dann unter Umwegen kommt er zurück auf Leimer, der haut den dann rein. Ausgerechnet Leimer. Ausgerechnet Leimer, der danach übrigens noch gefragt worden ist, aber zu Bayern wechselt, also auch sehr stark. Ja, dann geht es weiter. 76. Minute, Foulspiel, Bayern, Kunku, Elfmeter, zack, drin ist er. 86. Minute, Handspiel, Bayern, Elfmeter, Zobosleit, zack, drin ist er. 3-1 Leipzig. Völlige Überraschung, oder? Also es war so krass, ich war in einer Hertha-Kneipe und war natürlich noch mega deprimiert hier von dem Spiel. Und es war so komisch, weil du hast so gesehen, voll viele Leute jubeln, aber irgendwie denken sie sich auch so, ach nee, eigentlich freue ich mich auch nicht, aber irgendwie wäre es schon cool, wenn Bayern verliert, aber wir sind gerade abgestiegen und soll ich mich jetzt auch noch für Leipzig freuen? War ganz komisch irgendwie, aber war schon, also da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Ich habe so oft gesagt, wie safe ich davon ausgehe, dass Bayern das gewinnt. 3-1 in München, also nach 1-0 Führung auch noch. Ich habe mir einfach nur so als Genugtuung, auch wenn Schadenfreude wirklich nicht gut ist und ich ja mich mal lieber auf meinen Verein konzentrieren sollte, der schlechter geht es ja nicht in der Bundesliga, aber ich habe mir einfach nur diese Gesichter von Kahn und Salihamidzic gedacht und dachte mir nur so, ey, was geht jetzt in denen vor, Alter? Und dann dachte ich aber so im nächsten Moment, mein Tipp war ja, dass Dortmund in Augsburg stolpert schon seit geraumer Zeit und da dachte ich, das wäre ja noch typischer, wenn Augsburg jetzt gewinnt. Das wäre ja noch typischer, um das auch mal als Überleitung zu sagen. Also Bayern, also die haben es einfach verdient, also die dürfen so nicht Meister werden, jetzt mal bei aller Liebe, bei so vielen Fehltritten diese Saison. Vielleicht tut es auch denen mal ganz gut, jetzt gar keinen Titel zu haben und mal zu sehen, Nagelsmann wird auf jeden Fall wahrscheinlich am lautesten gejubelt haben in seinem Skiort, das hat man bestimmt bis nach München gehört. Aber ja, dann kamen die Dortmunder und ich bin eigentlich so, ich habe mir das Spiel auch komplett live angeguckt und dachte so, auch wie Augsburg angefangen hat zu spielen, ich dachte schon, ey, das wird schwer. Die ersten sechs Minuten ging es so ein bisschen flotter, aber ich dachte so, ey, die werden irgendwann so in der 70. sagen, ey, wir haben keine Zeit mehr und die stehen immer noch hinten drin. So habe ich mir das Spiel vorgestellt, bei warmen Temperaturen ja auch noch. Aber dann gab es halt relativ früh eine rote Karte und die war bestimmt auch nicht ohne Grund daran beteiligt, aber Dortmund hat es auch wirklich gut gemacht und den weiteren Verlauf überlasse ich dir mal. Ich wollte dich nur mal fragen, siehst du die rote Karte? Kann man schon geben, aber es ist schon hart, ne? Bei Udo Kalmanzett? Ja, ich sage dir ehrlich, ich meine das überhaupt jetzt nicht böse für die Augsburger, aber in dem Moment, ich habe mich einfach gefreut, weil ich es den Dortmund dann so gewünscht habe und ich dachte die ganze Zeit in der ersten Halbzeit, ey, bitte nicht, weißt du? Also bitte lass jetzt Dortmund nicht wackeln. Deswegen habe ich gar nicht die Situation, ich kann die jetzt gar nicht so neutral bewerten, weil ich halt in dem Moment wirklich, weißt du, ich war einfach extrem für Dortmund, überhaupt nicht gegen Augsburg, sondern eben für diese Meisterschaft und habe dann in der zweiten Halbzeit mich so gefreut, als Haller dann das Ganze eingeläutet hat in der 58. Zwischenzeitlich ja wirklich nochmal zwei, drei gute Chancen auch gehabt, auch durch Konter, wo ich dachte, ey, komm, jetzt machen aber mal, ne? Dann der 84. nochmal Haller, wo ich dann dachte, oh Gott sei Dank, das war so richtig aufatmen und dann Brandt, der noch einen draufsetzt. Ich fand auch übrigens die Konter, wenn Dortmund mal zu Konter kam, richtig gut auch ausgespielt in der zweiten Halbzeit. Trotzdem auch ruhig geblieben, also in dieser Phase dann, wo ich so gesagt habe, in der ersten Halbzeit, ey, da musst du jetzt mehr, komm, bitte, bitte, weißt du, mach da irgendwie, sei präsenter, präziser und ja, muss trotzdem aber auch nochmal zum Bayern-Spiel sagen, dass ich zwei Sachen richtig geil fand. Zum einen haben Matthäus und ich glaube Buschi was, ich weiß nicht genau, weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall Matthäus und noch jemand, die haben gesagt, was macht eigentlich nach dem 3-1, was macht eigentlich jetzt Nagelsmann? Und der eine, da hat Matthäus gesagt, ich glaube, der hat sich einen Hund gekauft. Sagt der andere, ja, der ist wahrscheinlich mit dem Hund Gassi. Und das so, einfach beim 3-1, weißt du, es spielt gerade Leipzig gegen Bayern und die reden über den Hund von Nagelsmann. Da ist ich kaputt gelacht. Ich habe es nicht gehört, leider, aber ich glaube, für Matthäus ist es auch voll die Genugtuung gerade, weil er sich ja so mit Kahn angelegt hat. Ja, ja, der hat auch gelacht, der hat auch richtig gelacht. Das war richtig geil. Ich habe mich selber auch gefreut, als die das gesagt haben. Und dann so, ja, der freut sich. Ja, ja, der freut sich. Der geht mit dem Hund, der freut sich und so. Das ist so geil. Und dann halt diese Szene, wo ich dachte, was geht denn jetzt ab? Und ich habe übrigens auch ein paar richtige Bayern-Fans gesehen, also die wirklich so mit dem Verein leiden und, also leiden ja eher weniger, aber sich freuen und wirklich zum Verein stehen, die sich auch drüber aufgeregt haben. Wollte ich nämlich nochmal anmerken, dass es nicht nur von außen so ist. Wie viele Leute haben dieses Stadion verlassen? Das war ja geisteskrank. Nach dem 3-1 war gefühlt das halbe Stadion leer. Also diese Bilder, die da draußen gegangen sind, geisteskrank. Wie ein Fan-Marsch nach außen. So. Also, es war unfassbar. Und schon nach dem 2-1 hast du gesehen, wie sich teilweise die Ränge geleert haben. Wo ich dachte, was macht ihr da? Weißt du, was ich meine? Da ist ja noch alles drin. Ja, also absolute. Und da haben, wie gesagt, es haben auch viele Bayern-Fans gesagt, ja, das sind die Erfolgstunden, die wir selber nicht haben wollen. Und das, ich glaube, das bringt sowas immer mit sich. Leider dann auch, wenn du halt sehr erfolgreich spielst, hast du halt auch diese Leute dabei. Aber das ist abartig. Also auch mal an die Bayern-Fans selber, vielleicht gibt es ja ein, zwei da draußen, die da auch rausgegangen sind. Das darfst du niemals machen. Also, Also, ich kann nur sagen, und ich bin wirklich leidgeplagter Fan. Gut, also ich habe schon alles miterlebt. Ich bin noch nie in meinem Leben vor Spielende aus dem Stadion gegangen. Ja. Noch nie. Nicht bei den größten 0 zu 5 Niederlagen, nicht. Ja, ich kann dir sagen, wo ich mal zweimal früher aus dem Stadion gegangen bin, wo Bremen gar nicht gespielt hat. Das war nämlich, mein Vater hat ja damals Jahreskarten in Leverkusen gehabt. Ja, gut. Und da bin ich ja, also immer wenn Bremen da nicht gespielt hat, bin ich praktisch ja mitgegangen. Und da kann ich sagen, Leverkusen hatte zu der Zeit eine sehr erfolgreiche Zeit auch. Da war so auf 3-0, 4-0 am Ende. Und in Leverkusen ist es sehr kacke, wegzukommen. Dann sind wir halt raus und weggefahren. Kann ich dann verstehen. Aber wie gesagt, wenn du da, also in so einer Menge vor allen Dingen, das waren ja keine Einzelfälle. Das war ja nicht so, dass ein, zwei Leute daraus, das war wirklich, wirklich krass. Also, muss ich schon sagen. Und wie gesagt, auch wirklich einige Minuten vorher. Ich kann nur sagen, ich wünsche jetzt den BVB. Jetzt haben sie super vorgelegt. Meisterschaftskampf könnte vorentschieden sein, wenn jetzt Dortmund nicht wackelt am letzten Spieltag. Da kannst du ja vielleicht nochmal sagen, was glaubst du denn? Glaubst du, die Bayern spielen ja in Köln? Was geht da? Also, wir werden ja eh die Woche nochmal drüber reden. Also, ich weiß jetzt, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also, ich hätte niemals gedacht, ich hätte gesagt, Bayern gewinnt jetzt beide Spiele safe. Auch wenn Köln da nochmal alles reinwirft gegen Bayern, um irgendwie was zu machen. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob die Bayern safe gewinnen. Also, das war auch sehr erschreckend anzusehen eigentlich. Also, wenn ich jetzt Bayern-Fan gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, boah, da liegt es aber schon im Argen. Die neuen Trikots im Übrigen, als ich da in die, ich bin so um 18.40 oder so, in die Hertha-Kneipe da gegangen, dachte ich erst, Musiala spielt bei Leipzig. Ich dachte, es wären Leipzig-Trikots. Das ist ja irgendwie so eine Oldschool-Trikots. Aber da verbindet man irgendwie nicht so perfekt mit Bayern, finde ich. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich würde schützen natürlich auch den Dortmund an. Will aber auch nicht allen Bayern-Fans unrecht tun, weil es gibt da sicherlich auch viele, gerade so auch die aktive Fanszene, die natürlich mit sowas dann immer zu kämpfen hat, weil alle dann verallgemeinert werden. Dabei gibt es da schon welche, die wirklich mit ihrem Herz auch dabei sind. Aber es gibt halt auch viele, und das bringt der Erfolg halt immer mit sich, die sagen, sie sind Fans und dann vielleicht doch eher so schnell auch mal wieder wechselfähig sind. Also wenn Bayern, sage ich mal, dann auf Platz, wirklich mal rein theoretisch, was nicht passieren wird, aber wenn die mal so eine Saison spielen würden wie Hertha oder Werder, oder in dem Fall Hertha, da kannst du von ausgehen, wie viele Mitgliedschaften da gekündigt werden oder wer da alles noch ins Stadion geht. Also das bringt das, glaube ich, einfach so mit sich. Aber ja, war ein erschreckendes Bild. Und Bayern hat jetzt 90 Tore geschossen, was ja eigentlich eine wahnsinnige Leistung ist, aber muss am letzten Spieltag gewinnen und hoffen, dass Dortmund nicht gewinnt. Geisteskrank, wirklich geisteskrank. Schreibt mal eure Meinung rein zum Meisterschaftskampf, zum Abschiedskampf. Wer geht noch runter? Wer macht am Ende da oben alles klar? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind ja morgen Abend schon wieder live für euch. um 21 Uhr. Ich freue mich sehr auf euch. Mit Gast. Mit Gast, richtig. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen? Ja, klar. Augsburg ist noch gar nicht durch. Ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, das wollte ich nur noch mal sagen. Ach so, wegen unserem Gast. Ja, wegen unserem Gast, weil eigentlich war es ja zwischenzeitlich schon so, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Die sind jetzt tatsächlich nicht durch. Also 17 könnte nicht mehr passieren. Da müssten sie ungefähr 22 Gegentore bekommen bei einer Niederlage gefühlt oder 15 Gegentore. Aber auf dem Relegationsplatz können sie noch landen. Ja, das stimmt. Augsburg könnte am letzten Spieltag, ja, und damit können wir ja auch schon sagen, dass Dennis bei uns zu Gast sein wird, morgen Abend. Ja, lasst gerne, wie gesagt, ein Däumchen oben da, lasst gerne ein Abo da. Seid morgen dabei. Morgen ist wieder bei mir. Ja. Bin ich jetzt verwirrt? Doch, bei mir. Ja, ist bei dir. Morgen ist wieder bei mir bei Twitch. Und ihr wisst ja, unsere beiden kompletten Social Media sind ja unten verlinkt. Könnt ihr alles gerne abchecken. Habt ihr ja hoffentlich auch schon, ist ja klar. Und habt Mitleid. Schreibt bitte nicht jetzt irgendeine Scheiße rein, wie Big City Club oder so. Das ist einfach, das findet auch keiner lustig. Das findet auch keiner lustig von den Leuten, die Hertha nicht mögen. Das ist einfach uncool. Ja. Wollte ich nur nochmal sagen. Aber wenn ihr es unbedingt wollt, Kommentar bringt uns auch was, dann macht es halt. Ja. Pusht den Algorithmus, schreibt nein. Mir ist auch egal. Ja. Okay, Freunde. Wir sind raus. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.